Milliarden Nervenzellen im Gehirn können nichts anderes als lernen. Lernen heißt, die Welt mit allen Sinnen begreifen. Es ist ein Spiel ohne Altersbegrenzung. Und es macht Spaß. Die Lust am Lernen ist angeboren. Der Mensch ist neugierig von Natur aus. Wissenschaftler erforschen, wie das Gehirn lernt. Sie suchen nach den Prinzipien des Lernens. Warum Üben dafür so wichtig ist, das haben Sie schon verstanden. Die Herz-Jesu-Kirche in München. Ein Konzert des Rundfunkorchesters. Der Oboist Jürgen Evers stimmt den Kammerton A an. Seit drei Jahrzehnten spielt Jürgen Evers Oboe und muss dennoch dauernd üben, auch wenn kein Konzert ansteht. Sein tägliches Pensum, drei bis vier Stunden, drei Klänge, Läufe, Tonleitern. Auch am Wochenende und an den Feiertagen. Jede Pause rächt sich. Ich merke das schon nach zwei, drei Tagen, wenn ich zum Beispiel mal eine Erkältung habe und dann nicht üben kann, brauche ich sofort wieder ein paar Tage, um wieder das alte Niveau zu erreichen. Ich merke dann, dass die Lippen zittern, dass der Muskeltonus nicht mehr so ist, dass die Finger auch nicht mehr so gleichmäßig laufen. Und dann muss man einfach wieder daran arbeiten, die Feinabstimmung hinzubekommen. Besonders auffällig ist das nach den Sommerferien, wenn man dann mal wirklich drei Wochen weggefahren ist. Und da braucht man sofort zwei Wochen, um wieder den alten Stand zu erreichen. Das Training findet vor allem in der Zentrale statt, die das Oboenspiel koordiniert. Im Gehirn. Hier sorgen rund 20 Milliarden Nervenzellen dafür, dass Jürgen Evers laufen, sprechen, rechnen und Oboer spielen kann. Eine Nervenzelle ist mit tausenden anderen vernetzt, überträgt und empfängt Impulse über Kontaktstellen, sogenannte Synapsen. Ein Impuls kommt an, Moleküle strömen in den Spalt und lösen auf der anderen Seite wieder einen Impuls aus. Die Nervenzellen, die das Oboenspiel koordinieren, werden durch das Üben aktiviert. Das verstärkt die Synapsen. Sie werden regelrecht geschmiert. Üben ist die regelmäßige Wartung von Synapsen. In einem Gehirn, das wie ein Motor geschmiert werden muss, um nicht ins Stottern zu geraten. Und so macht erst das tägliche Üben aus Jürgen Evers einen Meister der Oboe. Auch sie möchte ihr Instrument meisterlich beherrschen. Johanna Fühlmetz spielt seit vier Jahren Blockflöte. Die Zehnjährige geht zur Karl-Orf-Grundschule in Erding und ist Mitglied einer Musikgruppe. Für die Verabschiedung der Rektorin studieren die Schüler die Ensthaler Polka von Karl-Orf ein. Das klingt noch nicht perfekt, aber früh übt sich, wer ein Meister werden will. In Johannas Gehirn gibt es genauso viele Nervenzellen wie beim Erwachsenen. Sie sind ebenso miteinander vernetzt, empfangen und versenden Impulse. Aber die Kontaktstellen zwischen den Nerven, die Synapsen, lassen sich in Johannas Gehirn mit viel geringerem Übungsaufwand verstärken. Es kommt sogar vor, dass die Kontaktfläche der Synapse wächst. Außerdem bilden sich viel mehr neue Synapsen, die nun beim Flötelernen helfen können. Unbenötigte Synapsen werden wieder abgebaut und sind spätestens zur Pubertät unwiederbringlich verloren. Nur als Kind kann Johanna für ihr Flötenspiel ein so komplexes und damit leistungsfähiges Netzwerk an Nervenzellen aufbauen. Das Grundschulalter ist daher für das Erlernen eines Musikinstrumentes ein guter Zeitpunkt. Die Pädagogin Barbara Schock lässt ihre Schüler die Instrumente erforschen. Dieses sogenannte wilde Spiel lenkt sie dann durch ihre Anweisungen. Was stimmt hier nicht? Tun wir das Fiss raus, wir brauchen unbedingt F. Und jetzt probieren wir das gleich mir zwei nochmal aus, ob es dann... Lernen lassen und lehren. Die richtige Mischung macht's. Und das von Anfang an. Wunderbar, jetzt passt das, klingt's richtig, gell? Gut. Schon Babys sind lernaktiv, wie Heidelberger Psychologen herausfanden. Sie erforschen an ihnen die Grundprinzipien des Lernens. Das Hilfsmittel der Wissenschaftler? Spielzeug. Lauter kleine Möbelstücke und ein Tier. Zuerst bekommt der neun Monate alte Finn die Möbelstücke. Mithilfe einer versteckten Kamera messen die Forscher, wie lange das Baby dem Spielzeug Aufmerksamkeit schenkt. Die Möbel werden Finn schnell langweilig. Die Giraffe aber ist wieder interessant. Mit neun Monaten kann das Baby schon Tiere und Gegenstände unterscheiden. Daran erkennen die Forscher ein wichtiges Lernprinzip. Wenn die Babys auf die Welt kommen, dann sind sie erstmal überwältigt von der Menge der neuen Informationen, die auf sie einströmen. Und irgendwie müssen sie da Struktur reinbringen, weil sonst können sie neue Erfahrungen nicht an etwas Altes anknüpfen. Und das machen Babys, indem sie erstmal Kategorien bilden. Zum Beispiel die Objekte, die um sie rum sind, in Kategorien oder Klassen einteilen. Jetzt denkt man vielleicht, das legt einen so fest und das macht einen so eng. Das sind ja dann Schubladen, die da irgendwie in unserem Denken geschaffen werden. Aber die Babys fangen eigentlich erstmal an mit ganz breiten Schubladen, ganz breiten Kategorien. Und sie gucken dann, was in ihrem Leben, in ihrem Alltag eigentlich wichtig ist, wo sie Differenzierungen machen müssen. Vorhang auf für Charles. Dem sechs Monate alten Baby werden in einem anderen Experiment ein Ball und ein Fantasietier gezeigt. In einem zweiten Schritt fügt die Wissenschaftlerin Ball und Tier zusammen und schaltet das Spielzeug ein. Wer bewegt hier wen? Diese Frage bewegt Charles. Er will unbedingt die Ursache der Bewegung erforschen. Und Charles findet die Lösung. Das beweist der dritte Durchgang. Wieder werden Ball und Tier einzeln präsentiert. Doch nun beobachtet Charles vor allem das Tier, denn von ihm erwartet es die Bewegung, nicht vom Ball. Diese Art von Neugier, die wir schon bei den Babys beobachten können, die prägt natürlich auch das Lernen der älteren Kinder. Also immer, wo es irgendwas zu entdecken gibt, wo der Forschergeist geweckt wird, da gucke ich genau hin, da versuche ich zu verstehen und dann versuche ich aber auch einzuordnen. Und dafür brauche ich wieder natürlich Kategorien. Zurück an der Karl-Orff-Grundschule. Der Musikstunde folgt nun Heimat und Sachkunde. Auch hier setzt Barbara Schock auf Lernen lassen und Lehren. Wie reinigt man Abwasser? Die Kinder testen verschiedene Filter aus Sand und Aktivkohle. Niemand muss sie zum Forschen motivieren. Es reizt die Kinder mit neuem Wissen Vorhersagen zu treffen und so ihre Umwelt besser zu verstehen. Diese Neugier verbindet die Schülerin Johanna mit dem Baby Charles. Der Lehrer lenkt die Forschungsarbeiten nur mit kleinen Anregungen in die richtige Richtung. Im Frontalunterricht sollen die Schüler dann die selbst entdeckten Ergebnisse einordnen, kategorisieren. Aufbauen wollen, was muss ich zuerst jetzt hinstellen? Der Becher mit dem Kies. Für Johanna gibt es nun Trink- und Abwasser. So wie es für den kleinen Finn Tiere und Gegenstände gibt. Beim Experimentieren ist es so, dass die besserbegabten Kinder sicher schneller zum Ergebnis kommen und die Erkenntnis gewinnen. Die schwächerbegabten Kinder brauchen dann etwas länger und brauchen drum unbedingt den Frontalunterricht, um das, was sie lernen sollen, eben einzusehen, zu begreifen, zu kapieren. Und man darf sich da sicher auch nichts vormachen. In jeder Klasse gibt es verschiedene Begabungen von Kindern und drum verschiedene Unterrichtsformen, um auf diese Kinder eingehen zu können. Begabungen entdecken. Schwierig für den Pädagogen, fast unmöglich für den Hirnforscher. Die Anatomin Katrin Amunds versucht es dennoch. Ihre Forschungsobjekte sind hauchdünne Schnitte von menschlichen Gehirnen. Die zentrale Frage der Wissenschaftlerin, kann man Begabung im Gehirn sehen? Unter ihrem Mikroskop liegen die Nervenzellen eines Genies. Der deutsche Emil Krebs, Jahrgang 1867, beherrschte 90 Sprachen fließend, zum Beispiel perfekt chinesisch. Zwischen den Nervenzellen des Genies und denen eines normalen Menschen gibt es kaum sichtbare Unterschiede. Wir haben gefunden, dass sich die Zellarchitektur im Brokerschen Sprachzentrum im Gehirn von Emil Krebs ganz deutlich von der von anderen Gehirnen unterscheidet. Und das macht ja auch Sinn, denn Emil Krebs hatte ganz viele besondere Begabungen. Er hat zum Beispiel innerhalb von sieben Wochen Armenisch gelernt, konnte sich also sehr schnell Vokabeln merken. Er hat aber auch ganz profundes Gewiss ein Wissen gehabt über den Syntax, über die Grammatik. Und er hatte auch sehr viel Gefühl für die Sprachmelodie. Wir wissen leider nicht genau, welche dieser besonderen Fähigkeiten und Begabungen nun in genau diesen Arealen präsent ist. Und was die mikrostrukturellen Unterschiede dazu beigetragen haben. Kann man also einem Gehirn Begabungen ansehen? Ja, vielleicht sogar Genie? Es hat schon viele erfolglose Deutungen gegeben. Lange Zeit hatte man das Gewicht im Verdacht. Doch warum wog das Gehirn des Nobelpreisträgers Anatole France nicht einmal ein Kilo? Ein durchschnittliches Gehirn bringt es auf knapp eineinhalb. Dann hielt man die Faltung des Großhirns für ein Maß von Genialität. Mehr Furchen bedeutet schließlich mehr Oberfläche. Und damit, so dachte man, vielleicht mehr Grips. Das prominenteste Beispiel war das Gehirn von Gauss, berühmter Mathematiker, der eine sehr differenzierte Oberfläche hatte. Man hat dann allerdings Gehirne von anderen Mathematikern, auch aus Göttingen, untersucht. Oder auch das Gehirn der berühmten Mathematikerin Sofia Kowalewska, erste Mathematikprofessorin in Europa überhaupt. Und leider waren diese Gehirne nicht so stark gefaltet wie das Gauss'che Gehirn. Also wiederum ein Misserfolg. Auch die Hirnfaltung sagt per se erstmal nichts über die Intelligenz aus. Ein in Paraffin gegossenes Gehirn wird in rund 8000 hauchdünne Scheiben geschnitten. Will Katrin Amunz zum Beispiel nach Sprachbegabung fahnden, muss sie erst einmal herausfinden, wo im Gehirn Sprache entsteht. Der erste Arbeitsschritt. Die Hirnschnitte werden mithilfe des Computers unter dem Mikroskop ausgewertet. Die Hirnanatomin kann auf ihnen abgegrenzte Bereiche erkennen. Die etwa drei Millimeter dicke Hirnrinde ist also in getrennte Areale eingeteilt. Was in diesen Arealen passiert, zeigen die Mikroskopaufnahmen aber nicht. Das will die Forscherin mithilfe von Versuchspersonen herausfinden. Und zwar in einem Kernspintomografen, der die Hirnaktivität darstellen kann. Will man sprachliche Aktivitäten untersuchen, soll die Versuchsperson im Geiste sprechen. Die ziemlich grobe Kernspin-Aufnahme zeigt die dabei aktiven Hirnbereiche. Die sehr scharfe Mikroskopaufnahme liefert den klar abgegrenzten Bereich dazu. Beide Aufnahmen zusammen ergeben eine Art Atlas, der zeigt, wo was im Gehirn geschieht. Das Ergebnis? Es gibt kein Zentrum, das alles koordiniert. Vielmehr ist das Gehirn aus einzelnen Modulen aufgebaut, die miteinander vernetzt sind. Zum Beispiel sitzt im Hinterkopf das Sehzentrum. Hier werden Farbe und Form von Gegenständen errechnet. Katrin Amunz hat rund ein Drittel ihrer Hirnschnitte ausgewertet. Im Jahr 2010 will sie den ersten, kompletten, dreidimensionalen Hirnatlas fertig haben. Der erste, wichtige Schritt zum Verständnis von Begabung. Das ist kein lockerer Ausflug der Erdinger Karl-Orff-Schule. Nein, das ist Unterricht, Heimat und Sachkunde. Auf dem Lehrplan stehen heimische Tiere und Pflanzen. So, ich gebe euch jetzt jedem seine vier Nüsse. Das Ziel? Im Spiel die Natur entdecken. Die Kinder sollen Erdnüsse verstecken und am Ende der Exkursion wiederfinden. So, alle Eichhörnchen, jetzt los geht's ans Verstecken. So lernen die Kinder die Überlebensstrategie der Eichhörnchen im Winter. Spielerisch. Wer seine Nüsse zu leicht versteckt, wird beklaut. Zu schwierige Verstecke findet der Eichhörnchenschüler dann selbst nicht mehr. In beiden Fällen hat er das Spiel verloren. Er ist verhungert. Angstfreies Lernen, erfolgreiches Lernen. Und Erfolgserlebnisse beflügeln geradezu. Das erleben die Schüler im Erdinger Stadtpark. Die Schüler spielen blinde Kuh mit Bäumen. Sie sollen die Natur im wörtlichen Sinne begreifen. So, und du schaust, ob du den Baum wieder findest, wo du vielleicht gerade eben warst. Geh mal gucken, ob du ihn wieder erkennst. So, den Baum, den du meinst. Johanna zweifelt zuerst sehr, ob sie den einen Baum wiederfindet. Johannas Gehirn registriert den Erfolg und merkt sich die Lernschritte, die dazu führten, besonders gut. Der Grund? Ganz bestimmte Nervenzellen schütten nun den Botenstoff Dopamin aus. Er bewirkt, dass die eben gemachten Lernschritte vom Gehirn wie im Training wiederholt werden. So kann sie das Gehirn besser speichern. Außerdem aktiviert Dopamin ein anderes Areal, das dann sogenannte Opioide ausschüttet. Die Opioide lösen Glücksgefühle aus. Das Erfolgserlebnis wird als besonders lustvoll und daher als wiederholenswert empfunden. Das Gehirn besitzt ein Belohnungssystem. Spielerisch lernen. Gilt das auch für Erwachsene? Ja, sagt die französische Lehrerin Adelheid Klemann. Suggestopädie nennt sich diese Form des Unterrichts, populär Superlearning genannt. Lernen, Aktivität mit allen Sinnen. Ein Beispiel. Guten Tag, Bonjour sagt man nicht nur, man macht es. Hallo, bonjour. Ça va? Et vous? Man lernt in der Gruppe, nimmt Kontakt auf. Ich nenne Monique. Wir sind soziale Wesen, die miteinander interagieren und uns austauschen wollen. Und das Prinzip in das Lernen einzuführen, ist auf jeden Fall positiv und fördernd. Dazu kommt, dass man dann in der Interaktion und im Austausch gegenseitig eben auch was lernt, dass man von einem anderen ein neues Wissen erfährt oder der umgekehrt von mir neues Wissen bekommt. Und von daher ist ein gegenseitiger Gewinn in dieser Situation für die beiden oder auch für eine Gruppe von Teilnehmern. Die Suggestopädie meidet bewusst Ängste. Die ersten Sätze werden gemeinsam gesprochen. Die Gefahr einer Blamage ist gebannt. Man kann in der Gruppe untertauchen. Zum Schluss ein Puzzle. Französische Wörter und die jeweilige deutsche Übersetzung sollen aneinandergelegt werden. Spielerisches Lernen mit Erfolgserlebnis. Keine Frage, Barbara Schock ist mit Leib und Seele Lehrerin. Und vielleicht im besten Lehreralter. Aber gibt es so etwas überhaupt? Ein bestes Alter für den Lehrberuf? Die Lerngeschwindigkeit nimmt mit dem Alter ab, sagen die Hirnforscher. Die Schüler lernen also viel schneller als ihre Lehrer. Der Grund? Die Verschaltungen in den Köpfen werden im Alter immer spröder. Doch dieser schleichende geistige Abbau der Erwachsenen birgt in Wirklichkeit einen enormen Vorteil gegenüber den Jüngeren. Es muss bergab gehen, denn sie haben beim Lernen zwei Constraints. Der eine Constraint ist, sie wollen, das ist der wahre Wert und sie wollen zum wahren Wert hin. Jetzt müssen sie natürlich schnell hinkommen, denn wenn sie langsam hinkommen, dann sind sie tot, bevor sie gelernt haben. Sie wollen aber andererseits auch wirklich genau hinkommen und nicht nur drumherum hopsen um den wahren Wert, wenn sie den irgendwie approximieren wollen, also erreichen wollen. Und sie schaffen das wiederum nur, wenn sie langsam lernen. Und die Lösung ist, sie lernen erst schnell und tasten sich in die richtige Richtung und lernen dann immer langsamer. Das muss so sein. Deswegen ist es ganz natürlich und normal und vernünftig, dass die Lernkonstante, also der Lernschritt pro Erfahrung, dass der erst riesengroß ist und dann immer kleiner wird. Das muss so sein. Wenn sie wirklich ganz genau wissen wollen, was Sache ist, müssen sie über Jahrzehnte hinweg ganz kleine Schrittchen machen. Deswegen braucht der Geigenspieler so lange, bis er es kann, denn das geht um Zehntel Millimeter. Und da muss er langsam lernen. Wenn der uh, 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 dann kommt er ja nie hin. Und wir wissen aus Steinzeituntersuchungen der Bogenschütze genauso. Wenn Sie sich immer in Riesenschritten korrigieren, treffen Sie ja nie hin. Sie müssen winzig kleine Schritte machen. Und wir wissen, dass der Steinzeitbogenschütze 20 Jahre lang braucht, bis er trifft. Deswegen ist der 45-jährige Steinzeitbogenschütze der Beste. Nicht der 25-jährige, obwohl der am stärksten ist. Barbara Schock ist seit kurzem Rektorin. Nun muss sie nicht nur Schüler, sondern auch Lehrer führen. Und dafür ist sie wirklich im besten Alter. Im Bereich, wie Menschen miteinander umgehen, das ändert sich ja nicht. Weil wir sind die gleichen wie vor 20.000 Jahren. Insofern hat da derjenige ganz klaren Vorteil, der mehr Lebenserfahrung hat. Und deswegen ist es wesentlich, also wir wissen es von den, ja, Friedensnobelpreisträgern, die brauchen, die sind 70, wenn sie Frieden stiften. Weil dafür braucht man einfach Wissen um Menschen. Man braucht eine große Datenbasis, also sprich Lebenserfahrung. Und so dämpft die Lebenserfahrung von Barbara Schock auch die Aufregung vor der Abschiedsfeier. Und tatsächlich, die Ensthaler Polka wird ein Erfolgserlebnis. Und so dämpft die Lebenserfahrung. Vielen Dank.